Willkommen zurück zu SimCity. Ich war gerade bei Plants vs. Zombies drüben und habe da ein bisschen aufgenommen. Aber die Minispiele haben, ja gut, ein paar aber cool, der andere, hm. Und wir müssen jetzt auch wieder freischalten und so, aber egal. Das sieht da alles bei Plants vs. Zombies, wenn es euch interessiert. Okay, ähm, Polizei. Polizei. Polizei, okay. Ähm, hier drüben ist Kriminalität hoch. Oh Gott. Ähm, Festamt pro Tag. Vier Gefangene, okay. Ein Verbrechen, 14. Schlecht. Wir sind schlecht. Äh, äh, so. Ähm, Kredi kann ich kein... Kredi kann ich kein... Kann ich hier wenigstens noch ausbauen? Ja, ausbauen könnte ich noch ganz viel. 7.000. Okay. Verbrechenswelle. Ja, das ist krass gerade zur Zeit in dieser Stadt hier. Hier oben vor allem ist halt diese Kriminalität. Gibt es da auch eine Karte dazu? Ähm, Verbrechenskarte. Hoch. Bei der Uni? Hoch. Hoch, voll der Hügel. Äh, der Hügel. Hup. Ähm, mal sehen. Was ist denn das? Äh, Raub. Oh Gott. Und da rot, Verbrecher. Ach, die sind alle da hinten. Zum Teil. Ich müsste da oben eine Polizei noch bauen. Aber wie denn, wenn ich kein Geld dazu habe? Hoch, was willst du denn? Ja. Nur leider ist meins noch nicht genehmigt. Sorry. Mann. Vor allem das nervt auch voll, dass es noch nicht genehmigt ist. Äh. Alter, 16.000 kann ich mir nicht leisten. Ist gerade richtig schwierig. Bildung kostet zu viel. Mangel an Arbeitern. Ja, wie soll ich hier die Hochhäuser reinbekommen? Ja, haben. Haben wir schon eine Kirche oder sowas? Hier ist so. Kirche, ja. Spezialisierung. Glücksspielen. Gibt es nichts Besonderes? Das können wir alles noch nicht. Attraktionen. Macht das irgendwie? Das kostet nur. Okay. Larry das Riesen-Lama oder so? Oder wie heißt es? Larry das Riesen-Lama. Ich muss wieder lauter sprechen, sonst ist es immer so ein bisschen doof. Ähm, gut. Können wir noch bauen. Oh, hierhin. Na, Larry? Larry von Lobster oder wie heißt der andere? Lol. Hä? Lucky das Lama. Äh, beim Lama-Sprung. Ja, kommt Larry das Riesen-Lama. Hä? Sind das die Leute? Luca... Okay. Äh, ich gehe da mal. Psychos. Hä? Okay. Ja, habe ich doch auch alles ausgewiesen. Wieso will denn hier keiner wohnen? Ja, Wohngebiet-Nachfrage. Kann ich hier mal? Ich habe irgendwie kaum noch Möglichkeiten. Schwierig. Aber man kann doch auch... Warte. Wir hätten ja jetzt bald mal das Geld für... Die neue Polizei. So eine zweite Poli... Ui. So eine zweite Polizei wäre dann bestimmt auch gut zu haben. Deshalb werde ich die auch lieber dann mal bauen. Ui. Fertig geworden, oder? Zumindest größer, ne? Wir stellen ein. Okay. Mach das. Und hier haben wir bestimmt bald zu... Oh Gott, ja. Warte, es gab... Gab es nicht eine Stadt, die sogar zu viel hatte? Regionsansicht? Strom? Keine... Oh. Aber wieso nicht? Weil das da drüben ist, oder? Oh. Was ist denn das? Nee. Polizei? Verfügbare Fahrzeuge? Bitschtab... Nee. Mann. Ähm. Hallo? Okay. Nee, da nicht. Dann warte ich lieber noch. Und hol mir dann die nochmal. Und stell die da hinten auf, damit es da auch nochmal sicherer ist. Weil hier ist irgendwie so das Verbrechereck anscheinend. Äh, wie weit geht in dieser Umfang? Theoretisch müsste ich die hier so... Aber damit die da... Da so richtig... Hier so. Warten wir noch kurz ab. Das haben wir ja gleich. Das ist immer so eine Sache mit dem Abwarten, weil eigentlich kostet das ja dann immer Zeit von der Folge. Aber wir haben es ja schon. Okay. Egal. Wir haben es. Aber die ist immer noch geschlossen, natürlich. Was auch sonst. Haben wir denn überhaupt schon ein Krankenhaus? Nicht. Oh Gott, sind wir schlecht. Oh je. Ich tue mir leid. Ich würde hier auch nicht wohnen wollen. Schule natürlich und... Ach, ja je. Ja, ja, das ist ja nicht so toll, aber die Gebäude wären besser jetzt. Ich würde... Alter, mein PC grad. Ähm... Ich würde eigentlich... Ach, nee, da wollte ich gar nicht. Hier war das. Jetzt langsam mal die Straßen upgraden. Ähm... 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 Und hier noch. Ich glaube, das Ministück hier. Ist das da hinten auch irgendwie? Nee. Okay. Ach Gott. Aber wir könnten uns kaufen. Mach ich einfach mal. Ist zwar ein bisschen krass, aber egal. Was war haben? Haben wir? Kennen wir den Spruch? Okay, machen wir langsam mal aus einfach. Und... Ja. 3000... Alter. Wie lang sind die Straßen? Ah, hier haben wir noch so eine, ne? Ach, super. Ähm... 3000... 2000 nur. Die war nicht ganz so lang. Okay. Jetzt müssen wir warten. Oh, oh. Sind die... Sagt bloß, die sind zukunftsmäßig. Nee. Die sind nicht zukunftsmäßig. Das sieht mir nicht nach Zukunft aus. Denn ich will hier ja keine Zukunft. Ich will eine ganz normale... schöne Stadt. Ohne Zukunft. Einfach eine normale Glücksspielstadt jetzt. Wir haben eine Kläranlage. Mitten im Wundgebiet. Okay. Wir haben eigentlich genug. Könnte man auch mal ausbauen später mal. Wenn wir das Geld hätten. Aber haben wir ja nicht. Ja, hier Wasser. Perfekt. Ich liebe es, wenn ich viel Wasser habe. Langsame Feuerwehr. Haben wir die denn schon ganz ausgebaut? Nee. Kann ich aber auch gerade nichts machen. Ich würde auch eigentlich gerne die Straßen ausbauen. Erstmal. Woher Feuerwehr... Woher Feuerwehr... Nicht verfügbar. Hier. Hier. Wir haben jetzt übel viel Geld gerade. Fällt mir auf. Wo kommt denn das jetzt alles her? Oder einfach nur vom Spielen. Kann ja auch so kommen. Aber 2000? Ja, muss vom Spielen sein. Ich habe jetzt so das Mini 39. Da kann ich nur lachen drüber. Jetzt haben wir hier hoher. Hier auch schon alles. Hier noch nicht. Nein. Ach man, bin ich schlau. Ja, gratis. Aber dann wieder rauf geht natürlich nicht. Und der Timer sagt, ich soll aufhören. Soll ich das? Aber ich werde es einfach. Naja. Dann schauen wir mal, dass wir ohne Zukunft hier schöne Häuser einbekommen. Hoffe ich mal. Ich hoffe es sehr. Oh, da kommt der Boot. Boah. Alter, da würde ich nicht mitfahren wollen. Hoho. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und boah, da bist du ja seekrank.